Hallo, liebe Deutschlerner! Ihr habt vielleicht mitgekriegt, dass ich in letzter Zeit ein paar Let's Plays hochgeladen habe. Vielleicht gefallen dir diese Let's Plays. Vielleicht gefallen sie dir nicht. Ich realisiere, mir ist aufgefallen, dass das vielleicht nicht Inhalte sind, die jedem gefallen. Zum einen muss man ein bestimmtes Level erreicht haben, um diese Let's Plays zu verstehen. Und zum anderen ist es vielleicht nicht für jeden. Vielleicht findet das nicht jeder interessant. Mir haben Let's Plays sehr geholfen, deswegen möchte ich damit weitermachen. Aber ich möchte auch nicht, dass du eine Benachrichtigung bekommst, jedes Mal, wenn ich ein Let's Plays veröffentliche, obwohl du gar nicht daran interessiert bist. Dazu kommt noch, dass dies momentan der einzige Content ist, den ich veröffentliche, der einzige Inhalt, den ich veröffentliche, weil ich mich gerade sehr auf meinen Anfängerkurs konzentriere. Also, hinter den Kulissen arbeite ich fleißig an einem neuen Kurs und deswegen ist das Let's Plays das Einzige, was ich hochlade und das könnte sein, dass das den Leuten einen falschen Eindruck gibt von meinem Kanal. Lange Rede, kurzer Sinn, deswegen habe ich mich entschieden, einen Zweitkanal zu eröffnen. Jetzt gibt es einen eigenen Kanal und der Kanal heißt Let's Play and Learn German. Das ist mein Zweitkanal. Let's Play and Learn German. Ich werde natürlich einen Link in der Beschreibung hinterlassen für dich und in einem Kommentar, sodass du einfach auf diesen Link klicken kannst, abonnieren kannst und das, ja, wenn du daran interessiert bist. Wenn du nicht an den Let's Plays interessiert bist, okay, ich werde dich nicht mehr damit mit diesem Thema behelligen. Ich werde dich nicht mehr darauf hinweisen, sondern du bekommst auf diesem Kanal hier immer das, was du schon vorher bekommen hast. Und falls du mich abonniert hast und auch gerade, wenn du die Glocke geklickt hast, ja, was ich übrigens empfehle, ja, klicke auf die Glocke, um eine Benachrichtigung zu erhalten, jedes Mal, wenn ich ein Video veröffentliche, ja. Also, wenn du mich abonniert hast und auf die Glocke geklickt hast, dann hast du vielleicht schon Benachrichtigungen bekommen von diesen Let's Plays. Und vielleicht hast du dir gedacht, ah, jetzt, das möchte ich nicht, vielleicht sollte ich nicht mehr abonnieren, vielleicht sollte ich nicht mehr Benachrichtigungen erhalten, vielleicht sollte ich Benachrichtigungen aufschalten. Nein, 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 das brauchst du nicht zu machen, denn es gibt jetzt einen Zweitkanal und dann wirst du nicht mehr genervt von diesen Let's Plays, falls sie dir nicht fallen, ja. Und ansonsten werde ich in den nächsten Monaten, also dieses Jahr, ich sage mal dieses Jahr, weil ich nicht weiß, wann ich wieder dazu komme, ja, aber in ein paar Monaten werde ich, spätestens irgendwann in diesem Jahr, werde ich weitere hochqualitative Videos veröffentlichen, mit Untertiteln und so weiter, wie du es gewohnt bist. Aber das mache ich erst, wenn ich mit meinem Kurs fertig bin und ja, dann folgen weitere Kurse, ja. Nach dem A1-Kurs, wenn ich mit dem A1-Kurs fertig bin, folgt der A2-Kurs, dann der B1-Kurs, dann der B2-Kurs, ja, weil ich weiß, dass viele von euch sehr strukturiert lernen wollen und auch Prüfungen bestehen wollen. Und meine Materialien, gerade die Akademie, hilft dabei sehr. Es hilft sehr dabei, strukturiert Deutsch zu lernen, aber nicht unbedingt, es gibt dir nicht so viel Feedback darüber, ob du einen Test bestehen wirst oder nicht. Also sie sind sehr hilfreich, um Deutsch zu lernen, aber es ist kein formales Training, so wie das in einem Kurs ist. In gewissen Sinne sind das zwei Paar Schuhe, ob man jetzt einen Kurs bestehen kann oder eine Prüfung bestehen kann und ob man wirklich Deutsch sprechen kann. Ja, das eine ist nicht immer das andere. Nur weil man eine Prüfung bestanden hat, heißt es nicht, dass man auch Deutsch spricht. Und wenn man gut Deutsch spricht, dann kann man natürlich auch die Prüfung bestehen. Deswegen habe ich mich immer auf die zweite Sache, also habe ich mich immer darauf konzentriert, dass er auch tatsächlich lernt zu sprechen. Allerdings möchte ich noch einen klaren Kurs machen, bei dem ich sagen kann, wenn du diesen Kurs belegst, dann kannst du A1 Prüfung bestehen oder dann kannst du B1 oder B2 usw. bestehen. Also, der Sinn war eigentlich nur, dir zu sagen, es gibt jetzt einen neuen Kanal, Let's Play and Learn German und denke auch immer daran, dass du mich anrufen kannst. Wenn du mich vermisst, wenn du diese Videos vermisst, wenn du gerne Deutsch lernen möchtest, wenn du denkst, ja, ich wünschte, der Marke würde mir mal helfen, du kannst mich anrufen. Es steht dir nichts im Wege, mit mir zu sprechen und dann helfe ich dir direkt. Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Business, dass ich sage, okay, ich habe jetzt sehr viel investiert, ich habe sehr viel Commitment gezeigt in dieses Projekt und jetzt möchte ich sehen, wer auch committed ist. Und das macht mir momentan auch, ehrlich gesagt, unglaublich viel Spaß, euch zu helfen, die Leute von euch, die committed genug sind, die engagiert genug sind, um einen Anruf mit mir zu planen. AuthenticGermanLearning.com AuthenticGermanLearning.com Besuche die Webseite, plane einen Anruf und dann können wir miteinander sprechen. und das gefällt mir momentan sehr, den Leuten zu helfen, die diesen Sprung gemacht haben. Ich weiß, es gibt noch tausende andere Deutschlerner, die einfach nicht so engagiert sind, die vielleicht sagen, ach, ich möchte ab und zu mal ein Video schauen und mal vielleicht ein paar Minuten pro Tag lernen und das war's dann, ja. Okay, das ist deine Entscheidung und ich schätze alle meine Zuschauer, aber richtig Spaß macht es mir, mit Leuten zu arbeiten, die auch wirklich engagiert sind, die sagen, nein, ich möchte jetzt Deutsch lernen, ich möchte jetzt engagiert sein, ich habe Commitment und ich rufe jetzt mal Marco an und werde seinen persönlichen Rat erhalten. Ja, denn das ist, denke ich, viel effektiver für dich. Ich kann ganz viele Videos machen und die kannst du ja alle anschauen, aber ich weiß nicht, 5% davon, 5% von dem, was ich sage, ist relevant für dich, ja. Und wenn wir aber miteinander sprechen, persönlich, dann kann ich dir viel besser helfen und deswegen mache ich eben diese Anrufe, ja. AuthenticGermanLearning.com Schrägstrich Call. Ja, eigentlich sollte man nur über eine Sache sprechen, aber jetzt hast du gleich mehr Informationen bekommen. Okay? Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wie gesagt, es gibt jetzt einen neuen Kanal und der Link ist in der Beschreibung. Oh, mein Gott. Ja, vielen Dank. Und wie gesagt, Ich habe ein paar Sachen gesagt, So wir schauen, Und ich habe einen 170 das kann nicht